Ich habe nicht ein einziges Mal gekriegt, wir haben den so vorgeführt die ganze Zeit, Alter. Dann, er kommt mir entgegen gerannt, Alter. Ich springe an ihm vorbei, dreh mich in der Luft, Alter. Und so ist er seit, Alter. Und ziehe ihn direkt, zack, direkt geneift, Alter. Das ist paar Mal, Alter. Weißt du, Alter. Der, ey, dass der nicht aufgegeben hat, äh. So, warte mal. Welches Equipment nehme ich denn? Äh, da muss ich aber immer wieder ein dickes Brett an Ronja ausmischen, ey. Das, was der gestern wieder abgekriegt hat von mir. Ich habe den zweimal gemessert, das T zweimal gemessert. Ja, mit dem habe ich es auch schon gehabt. Mit dem Ronja habe ich auch schon mal zu ihm gemeint, ey, Alter, es tut mir echt langsam leid, ey. So oft, wie ich dich schon erwischt habe und so. Und er so, ach komm, ist mir egal. Ich mache mir nichts aus, ich spiele nur wegen dem Spaß und wenn ich halt geneift werde, werde ich halt geneift. Da habe ich auch nur gemeint, cool. Echt coole Einstellung, mich regt es irgendwann voll auf, Alter, wenn ich geneift werde. Ich kann auch einfach nicht gut verlieren. Ich könnte auch nicht mit einer 75 zu 5, also 25 zu 75 rumlaufen. Nee, Alter, da würde ich ausrasten in einer Runde, Alter, echt, ey. Jetzt sehe ich, ich habe den übelsten Respekt vor dem, ey, was der gestern wieder... Aber der wird sogar, der wird sogar besser, ne, dadurch. Ja, ich war ja am Anfang war ich auch voll der Bob, Alter. Ohne Mist, ey, ich war richtig schlecht am Anfang. Oh, was war das denn, ey? Du Hundesohn da oben, ey, verdammt Fickerschweine. Drecksfeiges Pack, ey. Was haben sie gemacht, Alter? Äh, die Hände da oben in der Schaufensterscheibe und schießen auf mich. Oder oben auf dem, auf diesem, auf diesem Sonnendeck, ey. Wie hole ich mir jetzt da, diesen Hutenboch, ey. Wo war der, Shady? Wo war der? Ähm, B ist gerade hochgelaufen wieder. Der ist unten gegenüber. Ach, dieser Hure, Buck, ey. RPG, ey. Ist ein bisschen reif. Ey, die kriegen mich zu dritt nicht down. Oh, komm schon, ey. Toilettenraum ist an, ne? Nicht nur da. Ja. Nicht nur da. Ey, wie geil. Ich nehme jetzt mal die Explosiv-Muni raus und nehme mal Schrot rein oder Slug, ey. Dann haben sie nichts mehr zu lachen. Ihr wisst, ich habe einem gerade vier Headshots verpasst mit Explosiv-Muni zu unterstatten. Ja, die ist aber irgendwie nicht mehr so gut, wie sie früher waren. Das war so geil, früher Noobs flippen zu lassen mit der Splitter, Alter, ey. Einfach nur auf die Treppe beim Metro einballern und gucken, wie die Leichen einm entgegenkommt. Guck mal, dann macht er schon wieder. RPG-Oni, Alter, ey. Müsste ich jetzt echt noch? Ey, Hammer. Da habe ich mich fast noch erwischt. Ich glaube, die P90 muss ich mal auf die 500 bringen. Mal die mal. Oh, die mit ihren RPGs, die gehen mir so auf die Müsse, ey. Stiles runtergefallen. Nummer eins. Oh, Spock-Power. Gib mir deine Tags. Nummer zwei. Ey, wieso geht ihr nicht drauf? Wer geht bei dir nicht drauf? Drei an der Treppe zu oben. Der eine hat halbes Marazin ins Gesicht gekriegt. Echt? Hi-V. Da mussten wir gleich Namen sagen, wenn sie lagern, wenn sie lagern. Ich gehe jetzt nochmal da hoch. Dann schmeiße ich sie raus. Die Knalltüten, ey. Die steht sich zweit auf der Treppe. Ich stand einen Meter vor dir und habe auf die einen geschossen. Warte mal, den schmeiße ich jetzt raus, Alter. Der ist nur am Campen, der Penner, ey. Wer? Wer campt? Ja. KJ45 habe ich oben auch erledigt. So, der das. Komm, tun wir mal. Die alle nur am Ruckcampen sind. Ich stehe da oben am Geländer und gucke mich an, wie die Fahne weggeht. Ja, ich habe denen jetzt mal ein paar bessere rübergegeben, Alter. Vielleicht tut sich dann mal ein bisschen mehr. Warte, ich hole dich. Mann, bleib länger da. Ach, das seid ja gar nicht ihr. Der Random-Spinner. Selber schuld. Tja, Cross. Ja, läuft weiter hier, ist nix mehr. Boah. Alter. Oh. Tim, hol mich. Ja, ich hole dich. Der hat mich erwischt, Alter. Ich habe voll den reingehalten, aber... Ja, mich auch am Ende des Gangs. Jo, seh's. Oh, shit. Ja, sicher. Shit, jetzt ist sie weg. Jetzt kommen sie aber hier mit den Oberbillow-Waffen an, ey. Was ist er da? MG mit Frontgriff und... Ah, komm schon. Ach, Gegenseit, dieser Nicodem, dieser... Ah, ist auch... Mann. Wer belebt mich denn die ganze Zeit wieder und schießt nicht auf die Leute? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, ich war selbst down. Ey, dreimal vom gleichen Typ erlegt worden, weil jedes Mal belebt er mich an der gleichen... Scheiße wieder, ey. Ah, es sind manchmal so komische Blueberries. Ne, das war kein Blueberry, das war... Das war der Random-Grüne bei uns. Ah, schön, wenn man um die Ecke reint, wird man nicht mehr erschossen. Sag ich doch. Hast du überlebt, ja. Kann es ja Deckung nennen. Hat ja aber wirklich was mit Deckung zu tun. Also irgendwas hat sich definitiv geändert, Alter. Vielleicht hat auch irgendwie... Ja, klar! ...Sony irgendwas gemacht oder so, Alter. Wo, wo, wo? Hinter uns noch, oder was? Oh, nee. Doch, da unten. Na, komm schon. Och, lolz, Alter. Also, Nicodem frisst wirklich gut, ey. Ja, ja. Der ist ein Fresser vom Allerfeind. Das muss ich wirklich sagen. Boah. Dem scheint es zu schmecken. Na, der schubbt die Kugeln gerne. Och, scheiß Blueberry, Alter. Blockt mich hier ein. Der KJ95, der frisst auch wie Henkers Mahlzeit, ey. Ja, ich guck gleich mal, wo die herkommen. Ja, aber ich hab mich jetzt getötet, also von da aus. Och. Klar, Nicodem, Alter. Nein! Boah, verdammt. Hinter dir, pass auf. Ja, ja, ich weiß. Gemessert! Hier, wieder hinter der Ecke. Komm jetzt rum. Überleb den wieder! Oh, fuck. Einen hab ich gekriegt, Alter. Achtung, rechts noch einer. Jawohl. Pass mal auf, dass der eine nicht wiederbelebt würde. Nee, nee, ich hab ich doch. Ja, ja, da lag aber noch ein Dritter in der Ecke, Alter. Über uns. Ja. Okay, ich bin schon oben, aber hier ist niemand. Ich bin bei dir. Sicher dir. Ah, wird geholt. Warte, 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 warte. Ich komm zurück. Hier, Medics. Granate. Die F2000 liegt mir irgendwie nicht mehr so, Alter. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich muss gleich wieder M4-16 nehmen oder so. Oh, der spielt mit der Tri-Hard. Klar, Alter. Oh, wa? Boah. Fast Killer, Alter. Der war echt. Der spielt mit der Tri-Hard, Alter. Der spielt M16-A3. Stirb, du Hund! Ah! Hab dich. Ach, Paul, du Camper, ey. Danke. War gerade am Nachladen, der Hund, ey. Und weiter zu Bravo. Okay, es wird auf jeden Fall geschossen. Oh, da oben ist einer gestorben. Geh mal hoch. Ich bin bei Alpha. Ja, jetzt rüber hier. Ich poste ab. Boah, Alter. Den hab ich eben irgendwie erst sehr spät gesehen, Alter. Barty ist tot. Pass mal auf hinter uns, dass da gleich einer aus dem Klo rausgerannt kommt. Boah, der hat mich, ey. Nico dämmen wieder, ey. Rockpower hab ich. Wow. Boah, was? Bin unter der Wand, bin durch. Er kann da. Hat er dich erwischt noch, oder was? Warte mal. Ach, du liegst unten, shit. Hab dich. Ja. Bin bei Charlie. Bin auch bei Charlie. Achtung, Relate. Achtung, Nate. Geh außen. Keiner. Bin hinter dir. Bin Bravo. Mitte ist klar. Seh nix. Oh. Fischer, wer ist weg? Wer mit da? Medkid liegt. Achtung, Nate. Achtung, um. Hier oben, ach da. Hab ihn. Nice. Warte, ich hole dich. Hab dich. Ja. Auf weiter zu Charlie. Drück zu Charlie. Ne, ne, mich triffst du nicht, mein Freund. Was? Hier Tim, Medic, warte, ich komm. Ja. Ah, du wurdest schon geholt. Geh durch den Meter. Stopp, du Fatser. Keine Munition mehr. Ach du, waaah, von allen Seiten, rechts und links, wenn ihr rauskommt. Scheiße. Und Mitte. Ich bin schon auf dem Weg zu Alpha, Alter. Alles klar, bin hinter dir. Auf weiter zu Bravo. Nate kommt. Ah, Spock, Powerdown gemacht, rechts. Ah, von hinten. Oh, Komma. Ja, hab ich schon gemerkt. Einen hab ich. Ah, Mann. Zweiten hab ich. Wo bist du, Tim? Liege auf dem Gang, Sanko, bin wiederholt. Einen hab ich. Einen hab ich wiederholt. Ja, wow. Nice. Wow, sehr nice. Er hat versucht, im Moment. Achtung, Gegner, Gegner. Ach, komm, schon happen. Danke. Da ist aber noch einer. Okay, ich bin schon auf dem Weg zu Charlie, Alter. Ja, ja, ich bin auf dem Weg zu Charlie. Hier ist nichts mehr. Flammen nehmen, Flammen nehmen, Flammen nehmen. Los, 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 los. Los, 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 los. Weiter. Ab zu Bravo. Bravo genommen, ich sicher oben. Alles klar, gesichert. Weiter. Oh, da ist oben was los. Ja, ich hab gespottet, Alter. Nate ist raus. Oh, oh, links, 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 links. Oben auf dem Balkon. Wow. Ey, ist denn geil, ey. Einen hab ich. Achtung, Nate. Bin oben. Alle sind down. Gesichert. Gang, gang, alles sicher. Da unten wird aber noch geballert, Alter. Ich springe direkt runter. Ich glaube, wir haben vor. Oh. Komm, geht down. Sucker. Oh, hier sieht's sicher aus. Außer auf der anderen Seite am Geländer. Ab hier oben. Ah, da ist noch einer. Fuck. Da nix. Ah, ist durch die Toilette gegangen. Nico, dem in der Toilette aufpassen. Der kämpft da rum und rennt um A und um die Geländer rum. Also um B, Entschuldigung. So nischt, mein Freund. Doch, schön. Schön. So nischt. Der ist noch da, der Hund. Ach. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Oh, fast Killer wieder, Alter. Er ist... Oh. Hol mich aus meiner Strik raus. Das finde ich nicht nett. Der erwischt mich im Flug, während ich runterspringe und ich kriege einen Selbstmord. Ja, das... Boah, Doppelkill, Alter. Wo ist der dritte? Ist down, ja. Achtung, Granate. Ja, die hat der noch geworfen, ja. Mhm. Wusste ich's doch. Oh, fuck. Die stehen natürlich genauer dazwischen, ey. Ah, ich hab ihn weggemessert. Nice. War aber nur weggeschlitzt, aber egal. Ja, mal weg. Einfach nicht in die Hose scheiße, immer weitermachen. Geht ihn hier draußen ab. Ich geh mal von oben hoch und renne mal hinten die Seitentreppe runter. Geht ihn hier, Alter, ey. Kommt er da, oder was? Ah, ja. Bam. Hinter dir, Shady. Ich konnte... Ey, ich konnte ihn nicht nifen. Ich bin bei Charlie. Ey, was geht denn da ab, Alter? Wieder dasselbe, Alter. Er nimmt bei mir die Waffe hoch. Also, das Messer hoch, Alter. Aber geht nicht in die Knife, Anni, ey. Oh, da liegt noch einer. Ach. Na, Spaß, Alter. Ja, korrekt. Der Random hat dich wiederbelebt. Ja, ich hab dich wieder mit dem Nasen. Ach so, du hast. Ich hab gedacht, das wäre der Random gewesen, Alter. No, no, ich hab dich ihm weggeschnappt, quasi. Oh, ist mir egal, Alter. Hauptsache, Shady wird wiederbelebt. Weg da! Mein Verletzter! Kann mich jemand oben wiederholen? Wo bist du? Ähm, auf dem Balkon oben. Ich bin grad auf dem Balkon hochgerannt. Bist du weit weg? Ja, okay, dann lass das. Spawn, wo ist Spawn? Warte, warte. Land, zu knapp. Ja. Ja, okay, ich bin trotzdem bei dir. Wow. Wow, komm schon. Ja, da ist noch einer. Irgendwo schießt noch einer, Shady. Ey, der Fast Kid hat schon wieder Treffer gekriegt, hat 100%. Und der ist da. Ah, schmeißen gleich raus. Wenn es zwei zu maßig schon mal Prozent hat, nachdem er Treffer gekriegt hat. Wow, 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 Alter. Von der Tegel. Oh, was, Alter. Nicht nur von unten, auch von oben. Ah, Eckencamper. Aber warte mal, schmeißen wir den einen raus. Wer war es jetzt? Fast Killer, ne? Mhm. So. Ah, fuck. Bock, Power, Camper, C. Ey. Also, dieser Nicodem, Alter. Mhm. Langsam geht er mir echt ein bisschen auf den Piss. Ja, genau wie dieser Stockpower. Also, mit Stockpower habe ich, glaube ich, keine Probleme. Warte. Spassi. Ey. Ey. Oh, nein, ey. Nice. Hat er mich direkt am Kopf erwischt, ey. Ja, klar. Meiner. Hab dich. Krass, dein Spielsound ist weg. Wie, dein Spielsound ist weg? Ich hab grad kein Sound mehr. Geil, ne? Revive-Bug, oder was? Ja, weiß ich. Ich bin revivet vor und auf einmal kein Sound mehr. Krass. Kann aber sein, dass der gleich wiederkommt, ey. Ey, du sollst den Defibrillator nicht immer meine Ohren halten. Ja, das ist nicht gerade ratsam. Boah, komm schon. Boah, nein. Bockpower, ey. Ja, nice. Werden erledigt. Oh, 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 Tim, knife ihn. Ja, hab ich doch schon. Jetzt hol mich. Spass. Nein. Sterb doch nicht. Batze, was macht er? Er steht dumm rum und revivet nicht. Ja. Hat Angst. Das ist natürlich... Ah, Mann, wenn er wenigstens schießen würde, Idiot. Wo dann, wo dann, wo dann? Boah, ist der doof, der Matze, ey. Oh, Alter. Batze, Trottel. Mein Sound kommt nicht wieder. Dann guck mal, ob du vielleicht aus Versehen den Soundknopf an deinem Triton gedreht hast, weil das passiert mir manchmal auch, wenn ich mich bewege. Ach, hab ich. Ja, Skatzi, diesmal nicht. Diesmal hast er einen Koppel gekriegt. Ja, klar. Ja, ey. Was ist hier los, Alter? Boah, nice Double Kill. Wollt's uns wieder? Ja, warte. Pass auf, da sind ein paar, ne? Boah, sag ich ja. Liegt der doch nicht mehr. Der läuft direkt da an der Ecke, der Pisser, Skatzi. Minas Bass liegt da an der Ecke und kämpft. Hurensohn. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt Knife-Killer. Boah, Alter. Shady, hol ihn dir. Ja, nice. Äh. Ein Revive, bitte. Achtung, hinter euch ist noch einer. Mann, da sind noch drei. Uiuiuiui. Fuck, nein. Alter, was? Wie hat der mich jetzt gefrontet? Ja, weil du dich gedreht hast, Alter. Wenn sich die, ähm, Knife- Au, 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 au. Knife-Animation einleitet, ähm, und du drehst dich währenddessen, Alter, kann es sein, dass du gefrontet wirst. Na, komm schon. Mann! Ey, dieser Spock-Power. Auch nur in der Ecke hängen und warten, bis jemand vorbeiläuft, ey. Mein Gott. Ich hab dich gerettet, Tim. Pass auf, da kommen wir rein, nur durch die Tür. Boah, Alter, das gibt's auch nicht, Mann. Ja, du wurdest von zwei Seiten beschossen, warte. Ja, der liegt da noch drauf. Einen habe ich. Ja, der liegt da in der Ecke. Der robbt hier durch den Gang, ey. Was sind das für Leute? Hab's da alle? Nein, jetzt werde ich geneift. Gerade, wie ich euch wiederbeleben wollte, wurde ich geneift, Alter. Ey, was sind denn das hier wieder für? Tüht mich traurig. Ah ja, der wurde wiederbelebt, Alter. Was soll er machen? Bleib liegen. Irgendwo hat was geschossen, Alter. Ah, von oben? Ich kann nicht genau, ah. Auch von unten. Ja, klar. Wo liegst du? Lieb noch nicht. Ich habe den Typen auch erledigt. Mann! Bars, Alter. Mann, diese fucking Camper. Ey, Barty hängt da einen Busch unter A. Hä? Warte. So. Sind das denn für Tüten, ey? Humble-Bumble-Spieler. Ey, keinen Skill. Gar nichts. Kann ich mich auch unter den Busch hängen? Warten, bis jemand vorbeiläuft. Hurenbock, ey. Der ist tot. Ah, nein, 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 nein. Der ist nicht tot. Oh, lol, Alter. Jetzt nicht mehr. Er hat sich wirklich dahinter den Busch geglitscht, Alter. Beziehungsweise gekrabbelt da, Alter. Ja, jetzt ist der Busch ja down. Jetzt kann er sich da nicht mehr hinkrabbeln. Ich laufe mal oben über die Terrasse. Ja, ich sprühe mal runter als C, da ist gleich action. Ja, ich höre es, aber... Oh, wer ist denn da bei Bravo gestorben? Ich. Ich hab bei C2 getötet, hab C2 geholt. Was? Äh, lolz. Ah, da wolltest du umlaufen, Alter. Nee, ich wollte nicht umlaufen, Alter. Ich hab dir nur ein paar gute Hitmarker... Nein, 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 da waren drei Stück. Einer von denen ist um dich herumgelaufen. So, den neife ich jetzt mal. Dann kneifen wir mal. Hab ich schon. Schon wieder melee ribben, Alter. Okay, der geht schon down, bevor er mich angucken kann. Ja, wieder zwei erledigt. Was ist asozial, Alter. Wenn der dich da einmal richtig mit im Aim hat, ey. Kannst du vergessen, Alter. Ich find, der beste Tipp, den der Larry mir jemals gegeben hat, war als Zweitwaffe die Rex zu nehmen. Lässt dich drüber streiten, Alter. Ja, die ersten zwei Schufe sind halt ziemlich zielgenau. Ja, die Rex ist so oder so sehr zielgenau, aber man muss halt ein bisschen damit umgehen können. Schade, bleib liegen. Oh, shit, Alter, mein Schatz. Ach, die hocken da hinten in der Ecke, Alter. Ach, wie nice. Oh, nein. Hocken da in der Ecke und warten, dass die Leute wiederkommen, oder was? Ja, ich hab's grad gesehen. Zack, direkt mal eine Granate runtergeführt hat. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, nice. Granate und M416. Oh, nein. Hab dich. Oh, ich bin genau ins Westen erst reingelaufen. Wo bist denn du? Oh. Liegt's auch da unten, bei dir. Oh, was, Alter. Aber ich hab ihn gekillt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh. Warte, bleib liegen, bleib liegen. Da kommt noch einer. Da ist einer hoch, glaube ich. Ja, ich weiß. Hinter dem bin ich her. Ich mach dich alle und wenn's was letztes ist, was ich tue. Wichser, Selbstmord, leg mich am Arsch. Du oder er? Du. Nein, epic fail. Zack. In Cerdinator hab ich jetzt das zweite Mal. Oh, wer ist gestorben? Der Dude. Nee. Warte. Ach, im Wasser sitzt wieder einer bei BN. Also du lebst. Der hilft jetzt zu A auf der Außenseite. Warte, ich häng mich an ihm. Ja, da müsstest du jetzt gleich hinter ihm sein. Ich denk, der ist tot. Warte. Sind noch zwei am Pool. Doppelkill bei Charlie gemacht. Charlie gesichert. Warte, ich komm zu dir, Shady. Hab dich. Assault Service da. Tchuuu. Boah. Das gibt's nicht. Wo? Von draußen. Ah, da hinten an der Taker. Warte, ich komm wieder. Hab dich. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Na gut, hinter dir. Ja, was auch. Ja. Hinter... Der ist wieder zurückgerannt. Ah. Was geht denn jetzt auf, Alter? Wir sind gerade mit meinem BN los. Ah, fast nur ein Messer noch gekriegt. Oh. Alter. TF. Achtung, oben A. Aufpass auf. Alter, 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 alter. A ist gesichert. Xavier Meller. Tim ist gesichert. Jo, gesichert. Ja, ich hab dich gesichert. Ah, danke schön. A ist auch gesichert. Deswegen hab ich ja eben gemeint, Tim ist gesichert. Unten ist einer, aber A. Ich hab schon gehört, Granate. Hab ich? Längst bei Bravo, alter. Also, was heißt längst? Gerade bei Bravo angekommen, aber ich bin halt schon bei Bravo. Ey, ich hab hier gerade noch jemanden revivet und getötet. Also... Revivet und getötet? Entschuldigung, da ich mich aufgehalten habe. Toco revivet, dass er wieder getötet worden ist. Lass mich vor. Lass mich arzt, ich bin durch. Lass mich vor. Zurück da an die Front. Lagoon ist da vorne. Alpha wird eingenommen. Nicht mehr lange. Ich geh... Ich geh links rum. Hab einen. Oh, ich hab nur noch zwei Schuss, alter. Das ist nicht nett. Ich bin da für ein Kit. Oh, toll. Dann kommt mir das Supporter entgegen, wie ich gerade das Kit aufheben will, alter. Tötet mich. Ach, nein. Hab beide. Mit der M5K. Wupp. Oh, nein. Ja, der hat mich auch. Tim, Achtung, da kommt hinter dir die Tür rein. Glaub, der will dich mit dem Defi legen, alter. Ah, einer hab ich noch weggeschnitzt. Da kam noch einer. Glaub, der wollte dich gerade mit dem Defi legen, alter. Ach, ich weiß, aber hat er nicht geschafft. Sehr gut. Der hält nicht immer nur der Wille. So, ich renne weiter. Ich renne jetzt auch wieder zu Alpha. Wer liegt denn da vorne? Das ist doch der Shady. Das könnte doch ich gewesen sein. Nimm ich den Shady doch nur mit. Boah, warte, 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 warte. Oh, M5K. Spass. Ah, Mann. Hude. M9, fick dich. Ja, komm mal. Einmal. Nein, Achtung, 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 M60, M16. Schade, aber ich hab ihn wenigstens noch abgeneift. Wie sieht's denn bei mir mit der KD aus? Oh, 60, 60, 18. Wie ist's meine? Ich bin gerade noch gestorben. 16, 19. Ah, hast du verdient. 16, 20, Alter. Ja, hast du verdient. Jetzt wird mir noch ein Tod geschrieben. 34, 25, euer. Ist doch okay. 44, 24. Boah, ist okay. 1,5er KD ist okay. Nehmen wir mit. Also, ich find's ganz cool, Alter. Und ich hab ein Assault Service da gemacht. Aber ich muss leider jetzt. Jo, gar kein Ding. Ich bin jetzt auch raus, Sascha. 1,36er KD. Ne, schlecht. Kann ich mit leben. Was hab ich denn? 2er. 2,08. Saut, Saut. 1,83. Gefällt mir. Gefällt mir. Ne, 3,16. So rum. 2,08 Kills pro Minute. Du bist jetzt auch raus, Shady, oder was? Ja, ja. Ja, okay. Dann lieb ich aber auch. Ich hab ein bisschen schlafen, weißt du. Achso, stimmt. Tja. Heute hat nochmal los, ey. Mann, auf der Scheiße.